waffentechnik auf alle fälle das sollte ich als nächstes machen gerade mit der ladegeschwindigkeit bruder du bist nur noch am kämpfen nur noch am kämpfen gut dann schauen wir das haben wir auch gehabt jetzt ist einmal das wieder dran so können wir jetzt aber auch noch das ein oder andere noch mal das ist ja kein problem das ein oder andere können wir ja noch okay aber nur luftziegel im endeffekt sowieso weil wenn man das sowieso machen einmal des dann einmal das rechtsunter und wir sind schon bezähne dann sind wir schon fertig vielleicht maximum dass wir da vielleicht noch irgendeine andere mission machen eigentlich hauptsächlich in dieser zwischengegner mehr warst eh nicht aber ist ja wurscht passt maschala wirst am draht mir ist wurscht mir ist wurschtig ja ob alles schon wieder was auch wegfallen egal vom kaffee na ist ja ist der standard anfang ist der standard anfang haben wir jetzt schon dachte ich bin aber nicht stärker geworden ich sag's gleich ich sag's gleich stärker bin ich nicht gut definitiv mehr schaden erwartet ein bisschen schneller schnell schnellere angriffe hätte man auch ein bisschen erwartet aber trotzdem super definitiv 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 super da kann man nichts sagen kann man nichts sagen löst jetzt das mikrofon ein bisschen jetzt passt jetzt ist es wieder meine schöne einstellung was ich immer mache das ist es ist es ist es ist es ist es ich kann die jahre hoch na geht leider nicht na schade alter das geht dann aber wirklich ein bisschen sehr schnell alter gerade einmal zehn minuten im ring alter nicht einmal und schon wegflex ist interessant ha aha bitch oh ja aber gleich mal was aktiviert der tigi oder ah gefällt dir das mit extra mit laser und so schee schee gefällt mir oder gefällt mir wie stefan wenn halt nur nicht dieser nebel wäre oder ich glaube die wären die würden durchgehender angriff machen alter jetzt habe ich schon jetzt eine extra leiste gekriegt oh oh ein traum wird wahr ein traum wird wahr extra leiste leider nur für die heilung für die gesundheit wenn wir so ein motherfucker sind oder wir haben es einfach nur zufällig gekriegt äh das glaube ich mittlerweile eher aber gut zu wissen dass es eine extra leiste gibt oh shit laser wo bist du laser 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 lemon gamer zombie minus 10% na mein spaß ist mir jetzt aber noch so eingefallen oder war schwer so ein bisschen oder könnt ihr auch mal ein gamingzimmer erräumen oder ihr müsst nicht einmal so viel ausgeben wie pee monte oder hat ihr habt eine schöne wohnung et cetera mit vier Zimmer beste und ich mache alles für ihr jeder spiel ich mache gleich 20 drittspleys aber mir ist das wurscht nä so extrem übertreiben brauchen wir jetzt auch wieder nicht aber dennoch Kooperation mit? So welche? Sichererleihe. Sichererleihe. Schiss. Aber wurscht. Wurscht. Next. Hätte mich zu euch jetzt genau ein bisschen umgestellt.